Die ASFINAG Alpenstraßen GmbH hat ihren zentralen Standort in Innsbruck mit dem sogenannten Stadtbüro am Rennweg. Wir haben in unserem Stadtbüro sämtliche Gesellschaften der ASFINAG untergebracht, also sprich von der PMG, von der MSG, von der Holding, aber eben auch von der ASG, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die ASG als Servicegesellschaft beschäftigt insgesamt circa 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unser Kerngeschäft ist der Betrieb und die Erhaltung des Streckennetzes in Tirol und Vorarlberg. Die großen Herausforderungen, die wir bewältigen, sind neben unseren Kernprozessen, wenn man so will, wie zum Beispiel ein Winterdienst, wie zum Beispiel die bauliche Überwachung unserer Objekte, die Verfügbarkeit der Strecke. Der Verkehr nimmt immer mehr zu. Wir müssen die Zunahme des Verkehrs auf unserem bestehenden Streckennetz bewältigen und hier versuchen wir mit Innovationen, mit Verbesserungen, dies bestmöglich sicherzustellen. Wir hier auf der S16 haben eigentlich so punktgemischt alles. Wir haben vierspurige Bereiche, wir haben Bereiche mit Gegenverkehr, wir haben relativ viele Tunnel. Wir haben den höchst geliegenden Punkt des ASFINAG-Streckennetzes, das ist der Lüftungsturm Albona und da ist natürlich eine ganz besondere Sache, weil wir da schon in den Tiroler, beziehungsweise Vorarlberger Bergen unterwegs sind, wo natürlich die Aussicht und das Panorama natürlich schon der Wahnsinn ist. Wir sind, wie so oft gesagt wird, der Hausmeister der Autobahn. Wir sind zuständig im Sommer für die ganze Grünflächenpflege, für die Erhaltung der Straßen, für die Erhaltung der Rast- und Parkplätze, Grünschnitt erfolgt in unserem Aufgabenbereich, Baumschnitt und auch gerade speziell die Reinigung der Straßen. Da im Landecker Tunnel sieht man dann die Tunnelreinigung, die auch zweimal im Jahr durchgeführt wird. Einmal im Frühjahr, wie jetzt, und einmal im Haupt, werden sämtliche unserer Straßentunnel einer kompletten Reinigung zugeführt. Man sieht immer als Kunde auf der Autobahn den klassischen orangen Mitarbeitenden und weiß eigentlich gar nicht, wie vielseitig und vielfältig die Tätigkeiten sind, die man in Summe bei der ASFINAG verrichten kann. Das geht von einem handwerklichen Bereich über einen kaufmännischen Bereich, aber auch über einen technisch-planerischen, konstruktiven Bereich, der ganz unterschiedlichste Jobangebote bietet. Mein Aufgabengebiet ist die Betriebstechnik. Ein Teil in der elektromaschinellen Abteilung, elektromaschinelle Erhaltung und Maschinenbau. Betriebstechnik bedeutet alles, was mit Strom zu tun hat. Ganz banal gesprochen, überall wo ein Kabel dazugeht, das ist mein Aufgabengebiet. Sämtliche Tunnel, sämtliche Freistrecken von Kufstein bis Hörbrands im Vorarlberg und auf dem Brenner. Die Anforderungen ändern sich natürlich jetzt mit neuen Technologien. Ich sage immer, früher sind wir mit dem Schlaufen sicher losgefahren und haben Schütze repariert, haben Drähte angeklemmt. Mittlerweile fahren wir mit dem Laptop, weil wir haben hochkomplexe Netzwerke in den Tunnelanlagen und da brauchen wir Kollegen und Leute, die sich in der Netzwerktechnik auskennen und das wird die Zukunft sein. Das heißt, die Herausforderungen in der Zukunft gehen Richtung Elektronik, Netzwerktechnik eher weg von der klassischen Elektrotechnik. Ein Projekt wird in dem Sinn bei der Asonec aufgesetzt, dass der Betrieb als Besteller irgendwo den Bedarf erhebt. Zustand für die Bauwerke, Zustand vom Asphaltbelag, Erfordernisse, sei es jetzt irgendwo Erneuerungen, Neubauten, dann bestellt der Betrieb das bei der Asonec. Und bei uns in Tirol wird das so gehandhabt, dass die jeweilige Autobahnmeisterei dann auch im Bau selber mit den Verkehrsführungen beauftragt wird, dann beginnt die Baustelle. Und der Betrieb begleitet das dann eigentlich bis zum Schluss. Die ABM Phomp ist dafür bekannt für ihre Innovationen in den letzten Jahren. Ich habe einige Mitarbeiter dabei, die sich da wirklich viele Gedanken machen, wie man die ganzen Arbeitsabläufe optimieren kann und die Arbeit quasi ein bisschen erleichtern kann. Und da habe ich wirklich ein paar helle Köpfe dabei und da haben wir schon einiges an Innovationen bei uns hervorgebracht, sage ich mal. Unter anderem haben wir unsere Kernmaschine so gekauft, dass man sie als Winterdienst-Lkw anbauen kann. Wir haben den ersten Riegel-Truck, glaube ich, in ganz Österreich. Das ist also ein universelles Mähgerät, das sehr vielseitig ist. Also es gibt da eine ganze Reihe von Innovationen, die uns den Arbeitsalltag erleichtern. Mein Aufgabengebiet und der Tagesablauf ist folgender. Dienstbeginn für mich ist jeden Tag 6.30 Uhr. Da wird einmal die Lage gecheckt, wie es momentan im Winterdienst ausschaut. Rückfrage mit dem Kontrolldienst auf der Strecke, ob wir Autos nachbesetzen müssen, wie viel Schnee ist, ob LKWs ausgefallen sind, Winterdienst-LKWs. Und dann kommen die Vorarbeiter und mit denen wird Drücksprache gehalten, was am heutigen Tag vor den Arbeiten anstehen. Und die Einträge macht der Vorarbeiter. Und wenn nachher noch etwas zusätzlich zu erledigen wäre, dann schalte ich mich ein und wir reden uns das alles. Ich muss sagen, ich bin seit 2008 bei der ASFINAG nochmal. Und das Spezielle ist wirklich diese Vielfältigkeit an meinem Arbeitsplatz und auch an diesem Standort von Hohenems. Und ich muss sagen, wenn ich so in die Runden schaue und in die Werkstätten rundum gehe und draußen auf der Strecke stehe und bleibe, sämtliche Mitarbeiter sind voll motiviert und lieben ihren Job. Ich muss mir auch Danke sagen an die Führungskräfte bei uns, an unseren Vorgesetzten, der uns das natürlich möglich macht, dass man wirklich so ein tolles Umfeld hat. Und dass man wirklich mit Freude nochmal gesagt hat, jeden Tag in die Arbeit geht und sehe, dass die Mitarbeiter wirklich was wert sind bei uns. Alles, was wir unternehmen und tun, ist im ersten Sinne für die Verkehrssicherheit, dann natürlich auch für die Verkehrsverfügbarkeit auf unserem Streckennetz.